ich habe ein bisschen gelevelt in den yukohama dungeon und zwar 11 level oder 10 level und da war ich gerade hier rausgekommen und dann habe ich wieder ja Zudem habe ich die beiden Jobs gewechselt. Und er war vorher ein Detektiv, ist jetzt Verschrecker und sie war vorher eine Bardame, glaube ich, und ist jetzt eine Hostess. Und Jobrang habe ich auch weitestgehend gut erhöhen können. Und jetzt heile ich mich nochmal und dann sehen wir uns in der Hauptstory. Was ist das? Das war's. Oh? 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 Hm. Das war's. Okay. 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 Oh! Oh! Okay. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob ich das wissen. Was ist das? Das ist alles, was ich zu sagen. Ja. Aber... Wenn ich mich nicht überraschend, wenn ich mich nicht überraschend mache, wenn ich mich nicht überraschend mache, wenn ich mich nicht überraschend habe, dass ich mich nicht überraschend habe. Das ist meine Meinung. Han-Zun-Gi, du kannst mich nicht überraschend. Ich habe mich nicht überraschend. Geigen Sie, Lass uns nicht überraschend你有 zu helfen. Sie können nicht überraschend werden, aber ich glaube, dass ich mich nicht überraschend habe, wenn ich mich nicht überraschend habe. Ich bin nur noch so. Ich habe überraschend keinen Fall. Oh. Ich hab mir vermisst, dass man einfach so in die Verkennung Sharon hat. Das war's für mich. Das war's für mich. Meine Frau, bin ich hier, wenn ich ihn im Kasten berufe. Ich habe nur den Kopf so sch礙, sondern nur die Konsequenze. Wir haben heute schon über Beste verknüpft. Ich habe nicht den Kopf von der Hoffnung, sondern auch die Hügel zu helfen. ... ... Ich habe schon schon gebacken, wie eine riesige Frau einen Schüler zu helfen. Doch das ist ja nichts. Oke. Das Gefühl, du sagen, das Gefühl, dass ich den Ereigninen nicht nur ein Wörfer offen bin. Das ist ein Geschenk, greift. Emmett. 騙lich. Ich weiß nicht, dass du ein Mann mit colored Bildern bist. Es ist aber nicht zu ehrlich gesagt, was ich. So... und der grund für das leveln war genau gleich mit dem kampf kommen den ich aufgenommen habe tatsächlich und kläglich gescheitert bin über eine stunde lang das wollte ich nicht noch mal machen deswegen habe ich das alles gemacht zwischen den folgen noch nicht da ich noch mit psycho generieren möchte wir machen kein rückspiel wir können auch nicht speichern aber der kampf geht eigentlich also es ging auch mit level 25 aber nicht mit den jobs und auch nicht mit dem waffen ich bin bereit wie die 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich werde jetzt nicht mehr aufhören. Das war's für heute. Das war's für mich. ich hoffe sie versauen uns das nicht miteinander ich hoffe der bleibt immer noch ein mitglied das war so wichtig die waffen um zu level das zu schnell habe ich noch mal ja gar nicht untergekriegt doch mal Und ich habe jetzt auch ein bisschen gelernt durch den Yokohama Dungeon ein bisschen so mit Buffs zu arbeiten, die Buffs, das ist auf jeden Fall auch ein Ding. Das war's für mich. mega gut und ich glaube das sollte es sein cool ich hätte nicht gedacht dass es so einfach ist 11700 erfahrung freut mich und natürlich zugejack eintracht nanma um ja ja Das ist noch nicht so, was ich? Herr Echowda! Bis dahin! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.